Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Angezockt und diesmal zocken wir Mech-Varrier online und dabei ist der gute Onkel von Gamers-Check-LP. Ja, halli, hallo. Ja, und wir sind hier auch gerade schon in unserer Garage. Hier sieht man einen ganz tollen Mech. Ich weiß jetzt nicht, welchen du ausgewählt hast. Ich habe so einen Schnabel-Mech. Ich habe den Raven genommen. Ja, und in dem Spiel geht es darum, wir sind halt so Mech-Varriers, die kennt man ja auch aus Filmen, und wir kämpfen uns quasi gegenseitig gegen verfeindete Mechs. Und ich weiß nicht, wollen wir mal kurz zeigen, was es so für Mechs gibt? Immer, wollen wir machen. Ein Roundabout, kann man nämlich oben links auf Select Mech drücken und da gibt es ganz schön viele. Ich habe jetzt hier alle schon aufgeklappt, die man so von Anfang an hat. Zum Beispiel hier gibt es ganz dicke. Ja, hier gibt es... Ich klicke halt immer das, was du sagst. Von daher, wenn du jetzt sagst, da gibt es ganz dicke. Ich habe jetzt hier zum Beispiel auf Assault gedrückt. Da haben wir hier die King Crab. Und die sieht halt extrem fett aus. Aber es gibt natürlich hier auch zum Beispiel Medium. Da gibt es dann so ein bisschen kleinere. Das ist so ein bisschen wie World of Tanks, würde ich sagen, wer das kennt. Ähm, ne, dass man sich von kleinen Panzern zu hohen Panzern oder hier in dem Fall von kleinen Mechs zu hohen Mechs irgendwie hocharbeitet. Genau. Und die kann man sich dann noch aufpimpen. Und kann man... Ja, und die muss man... Das sind aber alles, muss man dazu sagen, das sind alles Trial-Dinger. Also die hat man eine bestimmte Zeit bloß. Man muss also sich noch Mechs erspielen, die man dann selber hat. Also die bleiben nicht für immer. Die sind ja bloß eine Zeit lang da, ja. Genau. Also wir haben jetzt quasi ein Tag Premium. Und deswegen, äh, ja, haben wir quasi auch mehr Mechs als normal. So, vielleicht, äh, gehen wir jetzt mal zurück. Äh, ne, Quatsch. Die Weapon-Groups kannst du hier noch irgendwie anpassen. Ja, aber ich glaub, das überfordert ein bisschen, weil das ist ein bisschen unübersichtlich, find ich selber hier. Also das ganze Menü ist ein bisschen unübersichtlich, äh, haben wir schon gemerkt. Zeig's mal kurz. Hier ist das Mech-Lab. Da kann man irgendwas einstellen. Da kann man irgendwas einstellen. Ja, genau. Also es scheint wohl so zu sein, dass man hier auch, äh, weil ich hier sehe, so Energie. Wie, also, das ist nämlich auch so eine Sache, die Mechs können auch beim Schießen überhitzen. Äh, und deswegen muss man irgendwie, kann man in diesem Mech-Lab einstellen, ähm, wie genau die Energieverwaltung sein soll, äh, was für Waffen aktiviert sein sollen, was für Waffen drin sind, bla, bla, bla. Also, wer Lust hat, kann sich da halt reinsteigern. Genau, da gibt's ja noch Skills für jeden einzelnen, äh, äh. Achso, gibt's auch noch. Oh ja, genau. Und, äh, keine Ahnung. Also ich blick wirklich, ehrlich gesagt, überhaupt nicht durch, ja. Ich kann auch nix anklicken hier. Doppelklick nix. Passiert nix. Ich hab keine Ahnung. Ähm, 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 ja. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz die Dings zeigen. Und zwar gibt's hier eine, wenn man hier auf Factionplay geht. Also wir sehen jetzt hier eine Fraktion, die haben wir gegründet, die hat sich in Germany. Und das sind wir zwei Waffen aus, logischerweise. Gabax und ich. Und wenn man jetzt oben auf Factionplay geht, kann man sich hier eine Fraktion aussuchen. Und je nachdem, in welcher Fraktion man dann ist, ähm, kann man dann hier auf dieser Sternkarte, und zwar inner, hier oben, sieht man die, die Sternkarte. Und dann kann man dann in dem Gebiet hier drin, wo, wo auch gerade hier, äh, zum Beispiel dieses Schwert hier, diese Fraktion von, Moment, diese Hausdivision. Ja, hier, das zeig ich gerade mal. Die Hausdivision hier, das ist hier unten. Da kann man die ganzen Enddinger hier dann bereisen, die hier, die ganzen Sterne. Ja, momentan kann man sie nicht bereisen, sondern, ähm, natürlich nur Konfliktpunkte, ne? Zwischen, also die, die hier so extra aufleuchten. Ähm, jedenfalls denke ich mir das mal. Oder? Erzähl ich gerade mal. Ich bin, ich... Ich bin, ich... Ich bin, ich... Ich bin, ich... Blick, ehrlich gesagt. Wie gesagt, ähm, wir haben jetzt auch noch nicht so viele Informationen über das Spiel. Ähm, das erinnert mich ziemlich stark an, äh, Planet Base. Ja? Ähm. Kennst du ja auch, ne? Planet Base 2, oder wie heißt das? Ja, 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 ja. Planet Base, ne? Und, äh, da gibt's ja auch quasi, da gab's drei Fraktionen, die sich auch immer an diesen Schnittpunkten bekriegt haben, ne? Und hier sieht das so ähnlich aus. Egal, ich würde trotzdem sagen, dass wir jetzt anstatt die Faction Play machen wir einfach mal Quick Play, ne? Richtig, Quick Play. Hier mal wieder hin. Gerade hier gucken, ich bin in so einem Spiel hier drin. Ich hab jetzt hier Dschungel und laufe hier gerade, als Light ist. Da holt's noch ein bisschen rum, äh, Light ist auch tatsächlich. Ich hab keine Ahnung. Ich... Ah, okay. So seht ihr, jetzt bewegt sich der Kopf hier unten. Der Pfeil zeigt an, wo meine Beine stehen. Seht ihr das? Aber ich mach mal so. Und dann kann ich meinen Kopf bewegen und dann bleiben die Beine da stehen. Höchstens, ich drück F und dann bewegen sich die Beine mit. Das ist so ein bisschen... Naja. Wow. Läuft da gerade schon jemand mit nachher. Der ist gerade aber irgendwie in den Sumpf reingesprungen. Wow. 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 Alles klar. Aber, Leute, ja, genau. Ich bin natürlich genau in die Masse der Gegner reingerannt. Boom, boom, boom. Und das Lustige ist auch, wenn du jetzt einen Mech siehst, einen Gegner, gegnerischen Mech, dann musst du den erstmal mit R kennzeichnen, dass du den beschießen willst und dann kannst du erst draufballern. Also du kannst nicht einfach... Ich laufe hier einfach gerade... Ach so. So, ich laufe hier auch gerade rum. Irgendwie kann man auch... Warte, ich drück mal kurz. Äh, ich weiß nicht, man kann aber auch einen Third Person spielen, aber leider... Keine Ahnung, wie das jetzt funktioniert. Ich mach mal weiter. So, also ich hab hier jetzt gerade einen Kampf gegen einen etwas größeren Mech. Ich weiß gar nicht, ob ich gegen den überhaupt eine Chance habe. Heat Level, Critical. Ja, das ist das, was ich vorhin schon angesprochen habe. Äh, man kann nämlich seine Waffen überhitzen. Genau, das sieht man unten... Das ist gar nicht, wo ich den treffen muss. Das sieht man unten rechts, sieht man die... Nehmen wir Karte, genau. So, ich muss jetzt dem mal flüchten, von dem mal flüchten, weil irgendwie... Ja, man sieht unten links, Front und hinten, wie beschädigt man ist. Und meine Beine sind zum Beispiel gerade ganz schön beschädigt. Oh, da ist ein Feind. Ah, ja, 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 was geht denn hier? Also die Steuerung ist echt krass gewöhnungsbedürftig, weil es so getrennt voneinander ist. Vor allem, wenn der... Oh, Alter. Vor allem, wenn der so schnell ist hier. Wo der Feind, als auch ich. Ui, ui, ui. Der hüpft ja hier wie ein Irrer. Critical Damage. Alter. Oh, jetzt... Bewegt dich doch, Kollege. Nein! Shutdown engaged! Heat Limit! Ah, ich überhitze! Bumm. Ich wurde zerstört! Yes! Ja, dann kann ich jetzt die quasi... Ui, 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 ui. Kann sehen, was ich beschädigt habe von ihm. Und jetzt bin ich gerade bei einem Teammate im Spectator-Modus. Okay, Critical Damage habe ich auch gerade. Wow. H-K-P-K... Oh, ich bin kaputt! H-P-A... You have been destroyed by Bonesaw 360, okay? Gut. Ich gehe jetzt einfach mal Resume-Game... Quick Match. Ich gehe einfach mal aus dem Match raus. Ich weiß jetzt zwar nicht, ob das negativ ist. Ist mir jetzt aber auch relativ egal. So, jetzt habe ich irgendwelche Punkte gekriegt Für ein Spiel Und dann können wir mal Ich hatte nämlich noch was gesehen Mit einer privaten Lobby eröffnen Vielleicht müssen wir das erstmal machen Damit wir überhaupt So Sachen Richtig schöner kleiner Krieg Das nervt hier so ein bisschen Dieses Connecten, das dauert ganz schön lange Ich weiß auch nicht warum So Gut, da gibt es auch Scharfschützen, Max Rejoin könnte ich machen Planet Finder Das ist ja toll, wie das hier gemacht ist Ich habe keine Ahnung Das ist ja toll Ja, das ist Sehr schön So, was haben wir denn hier Ach, siehst du, hier gibt es Progress Okay, hat irgendwie noch gar nichts Angefangen Also es wirkt so, als ob da Von den Faktischen Dingern gar nichts gemacht wird Ja, kann natürlich sein, dass das einfach noch nicht Final ist im Spiel Dass das noch nicht so funktioniert, wie es eigentlich funktionieren soll Kann ich mir natürlich gut vorstellen Was haben wir da oben? Da haben wir so eine komische The Rock Kann man auch nichts machen? Wahnsinn Wahnsinn Richtig cooles Spiel, muss ich sagen Ja, also man kann Ja, perfekt Ja, super Siehst du? Das ist einfach nur doof Okay, ja, wirklich So, dann Wo startest du? Wie starte ich? Und dann, wo was willst du? Ach, guck mal Kann jeder auswählen Ja gut, wir sind jetzt im Spiel hier Habe jetzt gerade auch mal den Ladescreen geskippt Das musstet ihr euch ja nicht antun Wir sind jetzt hier schon im Spiel Aber wir werden jetzt erstmal hier an diesem Part Unterbrechung machen Und werden das dann entsprechend im zweiten Part weitermachen Und dann würde ich sagen Habe ich dich schon gefunden? Du stehst vor mir? Ja, perfekt Super Ja, dann würde ich sagen Sehen wir uns in der nächsten Folge Danke Gamers Check LP Könnt ihr auch bei ihm mal vorbeischauen Und vielleicht ein Like da lassen Und ansonsten Bis zur nächsten Folge Tschüss